Nachdenkseiten. Die kritische Website. Verbreiten die Nachdenkseiten russische Narrative? Der bayerische Verfassungsschutz rudert zurück. Ein Artikel von Jens Berger. Wie wir am Montag berichteten, tauchten die Nachdenkseiten in manipulativer Absicht in einem Bericht des bayerischen Verfassungsschutzes auf. Die Autoren unterstellten uns und einigen anderen kritischen Medien, wie der Berliner Zeitung und dem Freitag, Inhalte zu publizieren, die, Zitat, anscheinend grundsätzlich ins russische Narrativ passen, Zitat Ende. Es hagelte Kritik und die bayerischen Verfassungsschützer fühlten sich missverstanden. Der Bericht wurde mittlerweile korrigiert und nun ist auch bekannt, welcher Beitrag der Nachdenkseiten den Vorwurf, russische Narrative zu verbreiten, ausgelöst hat. Ein Gastartikel des oppositionellen linken ukrainischen Politikers Maxim Goldab. Welch bittere Ironie. Goldab beklagt in seinen Artikeln rechtsstaatliche Defizite in der Ukraine, wurde daraufhin von den ukrainischen Behörden verfolgt und ist mittlerweile auf der Flucht. Kritik an der Rechtsstaatlichkeit ist also ein russisches Narrativ? Zitat Bayerischer Verfassungsschutz 3.3 Kategorie 3 Webseiten, deren Inhalte der Akteur in Teilen weiterverbreitet hat Einzelne Artikel der in dieser Kategorie aufgelisteten Webseiten wurden durch den Akteur weiterverbreitet. Es ist naheliegend, dass die betreffenden Inhalte aus Sicht des Akteurs das russische Narrativ unterstützen, beziehungsweise dass die Verbreitung entsprechender Inhalte anderweitig im Interesse des Akteurs liegt. Hierzu wurden manche der Artikel gezielt aus ihrem Kontext gerissen. Der Bayerische Landesverfassungsschutz unterstellt explizit nicht, dass die Verantwortlichen der hier aufgelisteten Webseiten russische Propaganda verbreiten oder in Kenntnis darüber sind, beziehungsweise es gutheißen, dass ihre Inhalte im Rahmen der Doppelgängerkampagne weiterverbreitet werden. Ferner nimmt der Bayerische Verfassungsschutz keinerlei Wertung der Inhalte der betreffenden Webseiten vor. Wie wir bereits vermutet hatten, wurde offenbar lediglich ein einziger Beitrag der Nachdenkseiten vom vermeintlich russisch gesteuerten Kampagnennetzwerk mit dem Namen Doppelgänger über Facebook und X verteilt. Bitte lesen Sie hierzu den im Schrifttext verlinkten Beitrag Nachdenkseiten tauchen in einem Bericht des Bayerischen Verfassungsschutzes auf. Dabei handelt es sich, wie jetzt in der überarbeiteten Version eines Berichtes des Bayerischen Verfassungsschutzes zu erkennen ist, um den Artikel mit dem Titel »Welche europäischen Werte verteidigt Zelensky eigentlich?« von Maxim Goldab, der bei uns in der Rubrik »Stimme aus der Ukraine« erschienen ist. Goldab ist Vorsitzender der Union der linken Kräfte und war vor dem Maidan-Putsch leitender Rechnungsprüfer und Kontrolleur der Finanzen des ukrainischen Verteidigungsministeriums. Die Union der linken Kräfte ist eine 2007 gegründete ukrainische Oppositionspartei, die sich am demokratischen Sozialismus orientiert und unter anderem zum Ziel hatte, die ausufernde Privatisierung strategischer Staatsunternehmen sowie den Verkauf landwirtschaftlicher Flächen an ausländische Großkonzerne zu stoppen sowie die Ukraine geopolitisch neutral auszurichten. Zudem setzte sie sich für Russisch als zweite Amtssprache und eine Stärkung des ländlichen Raumes ein. Diese Ziele reichten aus, dass die Partei zusammen mit weiteren linken Parteien am 17. Juni 2022 verboten und ihr gesamtes Vermögen enteignet wurde. Ihre Mitglieder arbeiten seit diesem Zeitpunkt aus dem Untergrund oder Exil heraus. Einige ihrer Führungspersönlichkeiten wurden entführt und gelten seitdem, wie beispielsweise der Parteigründer Vasily Volga, als spurlos verschwunden. Auch Maxim Goldab selbst ist mittlerweile aus der Ukraine geflohen, nachdem der ukrainische Inlandsgeheimdienst ihn verhaften wollte. Auslöser war unter anderem ein Artikel für die Nachdenkseiten, in dem Goldab kritisiert, wie in der Ukraine aus Kritikern der Regierungspolitik Staatsverräter gemacht werden. Nachdenkseitenredakteur Florian Warwick thematisierte die Verfolgung Goldabs und das Verbot linker Parteien in der Ukraine auf der Bundespressekonferenz. Wurde jedoch mit dem Lapidansatz »Die Bundesregierung vertraue der Ukraine« abgespeist. Dass ausgerechnet die berechtigte Kritik eines ukrainischen Oppositionspolitikers an Repressionsmaßnahmen der ukrainischen Regierung vom bayerischen Verfassungsschutz als russisches Narrativ bewertet wird, setzt dem Ganzen die Krone auf. Man müsste Goldabs Frage, welche europäischen Werte verteidigt Zelensky eigentlich ergänzen? Welche freiheitlich-demokratische Grundordnung meint der bayerische Verfassungsschutz eigentlich zu sichern? Jeder einzelne Kritikpunkt, den Goldab in seinem Artikel vorbringt, entspräche auch in Deutschland dem Grundgesetz. Goldab macht sich für eine freiheitlich-demokratische Grundordnung in der Ukraine stark und wird dafür vom bayerischen Verfassungsschutz verdächtigt, russische Narrative zu verbreiten? Es sind aber nicht nur die Nachdenkseiten, deren Einordnung als »Verbreiter russischer Narrative durch den bayerischen Verfassungsschutz« einen ratlos zurücklässt. Durch die Überarbeitung des Berichtes ist nun auch ersichtlich, welche Artikel der Berliner Zeitung und des Freitags zur skandalösen Einschätzung des bayerischen Verfassungsschutzes führten. Ein Bericht der BZ über die Profite der amerikanischen Rüstungsindustrie durch die Waffenlieferungen an die Ukraine. Und ein Artikel des Freitags über die negativen Auswirkungen von Sanktionen durch die USA und die EU auf Staaten wie Afghanistan, Syrien, Iran oder Jemen. Das sind also alles russische Narrative? Kein Wunder, dass die bayerischen Verfassungsschützer sich da nun missverstanden fühlen. Der bayerische Landesverfassungsschutz insinuiert explizit nicht, dass die Verantwortlichen der hier aufgelisteten Webseiten russische Propaganda verbreiten oder in Kenntnis darüber sind bzw. es gutheißen, dass ihre Inhalte im Rahmen der Doppelgängerkampagne weiterverbreitet werden. So die Verfassungsschützer in einem Antwortschreiben an die Berliner Zeitung. Genau das hatten sie aber insinuiert. Auch in diesem Schreiben heißt es dann, es ist naheliegend, dass die betreffenden Inhalte aus Sicht des Akteurs das russische Narrativ unterstützen bzw. dass die Verbreitung entsprechender Inhalte anderweitig im Interesse des Akteurs liegt. Mit anderen Worten, journalistische Artikel, die Kritik an der Politik des Westens üben, sind für die Verfassungsschützer schon irgendwie problematisch, da sie dann ja doch das russische Narrativ unterstützen. Das ist, mit Verlaub, ein abenteuerliches Verständnis von Journalismus. Quellenangaben und weiterführende Verlinkungen finden Sie auf www.nachdenkseiten.de oder im Beschreibungstext unter dem YouTube-Podcast. Dieses Audio konnte nur entstehen, weil zahlreiche Leser und Leserinnen die Nachdenkseiten fördern und durch Spenden unterstützen. Wenn Sie auch etwas tun wollen, klicken Sie einfach den entsprechenden Button auf unserer Website an. Übrigens, Sie können uns auch bei iTunes, Soundcloud und YouTube hören und wenn Sie mögen, gerne unseren Kanal abonnieren und eine positive Bewertung für uns abgeben. Wir freuen uns über Ihre Unterstützung und die Weiterverbreitung unserer Inhalte.